Hallöchen Leute! Willkommen zurück zu Let's Play Grand Theft Auto 5! Ähm, ich muss dir kurz helfen, ich muss dir das zu machen, weil sonst scheint das viel zu hell, wie es so die Klammer gewesen ist. Und halt bei dem Vorhang so, ganz kurz, ich will das unter den Kammerkind nach Hause machen, aber das Beste ist ja, dass wir das hier so gesagt zu machen, weil sonst kommt das Scheiß-Sonne nicht drin. Und ich hasse sie nicht, obwohl ich kein Vampir bin. Ja... Moment... Zeit, wir die Tür zumachen! Nee, jetzt aufbleiben, ich fülle ein paar Rauschen draußen heran, sonst ist er zu leise. Viel zu leiser. Das war schon damals das Schattrider-Problem, dass er manchmal so leiser war. Haha! Show me the money! Slow and steady, Tee! Slow and steady! Naja... Also hier ist alles schon Wahnsinn, ey. Ich verstehe bloß nicht, warum man beim Minecraft-Kill eine Absolution frei kriegt. Wann den nur auf den Apfel, aber ich meine, die Säle zu erstellen kann. Naja, aber überleg's mal. Was würde ich überlegen? Wenn man sich das so einfach machen könnte... Naja, was wäre denn? Ich wollte dich das ja jeder machen und... Und dann wäre man ja... Durchgehen und sterblich. Naja... Aber nur für ein paar Minuten, oder nicht für immer. Wäre es in der EU oder von der Situation, kann man nicht für jeden Fall was für immer machen. Und dann nur auf der PC. Auf der PC, ob wir nur die meisten Team mehr hatten, dann machen das Team mehr so, Johnny. Ist das nicht meiner? Inzwischen nicht mehr. Nee, warum nicht? Weil die meisten das nicht mehr brauchen. Also... Wann nehmen sie das für Mord? Gar keinen. Ich spiele alle wieder ohne Mord? Ja... Also die... Das meiste... Ja, warum? Das ist aber voll witzig, ey. Ich dachte, die meisten lieben Mords. Schuss. Warte. Ich dachte, die meisten sind Mords verheirat. Nein. Nein. Ich sag mal, Feuerhol, Alter. Ey, du musst die Musik nachhause machen, ja? Wie? Hier, aber ein Spiel. Da gibt's kaum keinen Weg. Ach, hast du rausgestellten? Wir machen nur nachher wegen, willst du sonst? Mach uns im Video wieder gestummen, das weiß ich nicht. Lade nach, du. Ja, guck mal, wo ich weiterbauen kann. Wollt ihr jetzt irgendwo offline weiterbauen? Ja, geh nicht so nah ran. Halt deinem Maul. Ich mach das mal... Oder ich geh aufm Anwesen doch rauf. Mach aber... Mach aber... Mach aber irgendwo... Irgendwo anderen Gegend wird offline. Ja. Einstellungen. So. Mach was Musik grad aus, eh gut. Ne, ich guck mal, mach was anderes. Ach, guck mal, ob die Musik wirklich aus ist. Ne. Was noch anderes. Was noch nicht? Aber wenn der Mucca kommt, musst du ausmachen jetzt. Ja. Hier sagen wir, werdet ihr uns für den Video stumm schalten, ist das Problem. Das werde ich einfach nicht, weißt du? Ich muss hier meinen Bernd um zu schalten. Wir können ja nichts tun, nicht. Wollt ihr einfach nicht, weißt du? Wollt ihr mich ja nicht tun. Wenn er einfach nur für den Mucca abzuschalten, ja. Das ist ein Problem. Ja, ich glaube nicht. Das ist ein Problem. Wenn er doch im Grunde genommen passt zu deinen. In Grunde genommen passt zu dein Musik über die Motive nach und wie wer hier hat. Ich hör nicht oben. Ich hör nicht oben. Ich hör nicht oben. Ich hör nicht oben. So. De Wart hat ja auch schon erzählt. Ganz. Das ist das nicht zu sein. Ähm, warte mal, dann muss ich einfach nicht da sitzen. So, ich würde lieber auf der Couch bleiben, weil der Drehstuhl ist mir zu behindert. Dann setze ich mich einfach auf den Boden. Soll ich auf den Drehstuhl gehen? Ja, wenn, dann ist die Idee. Ich mag ihn schon, aber wie gesagt, es ist einfach ungemütlich, wenn man da so lange sitzen tut. Ja, okay, jetzt geht's ja schon. Also ihr könnt ihn ruhig schon abbadern, ne? Ja, ja. Soll ich jetzt einfach mal von der Stelle, wo man offline, ich komm mal näher ran. Irgendwo mal an der Stelle, wo man offline weiterspielen kann. Ich glaube jetzt auch von der Ecke einfach irgendwas auf. Ja. Oh, oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Jetzt mal, ich guck erstmal was ich von großes Biom nicht bekomme, wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt mal neue Welt erstelle. aber dann nur Biom-Groß-Eingeber. Wenn ihr eine neue Welt Woran wird das Biom? Ich hab jetzt Unterleben, Kreativ, weitere Restriktion, Rostprivilegien und dann Biom-Faktor-Groß. Okay, ich hab jetzt schon keinen Bock mehr auf die Story. Ein hoher Faktor sorgt normalerweise für weniger Biome, die aber größer sind. Man könnte, warte mal, in dieser Situation der Aktivität ist mir möglicherweise nur mit einem Biom generiert. Genau. Also willst du nur ein Biom? Genau, damals auf der PC immer so geil. Versuchen Biom ohne Wölfe zu kriegen, weil ich mag Wölfe nicht. Adwie ist ja schon noch nicht. Ja. Gut. Ich dachte, ich schwarz hier will. Guck. Oh, jetzt sind die schwarzen. Ja, ich hab mich erst mal bei mir wäre so ausgestellt. Das wird aber... Ich zeige es mir öffentlich in YouTube. Ich weiß nicht, ob ich will, dass man da weiter so lassen will. Das ist mir viel zu viel. Weißt du den ganzen Chatten da? Das ist mir einfach zu viel. Ich bin da... Ich bin da froh, dass ihr mir an den wenigen Kommentaren schon... wenigen Kommentaren in YouTube schon benügen kann. Wenn da nicht wäre, sondern mit Zwischenstattel ist mir so viel. Weißt du warum? Warum? Weil die alle besser sind, als ich mit dir spielen soll. Und das ist einfach so, das... Man weiß nicht, wann die da sind. Das ist ein Problem. Manchmal sind die da, manchmal nicht. Man ist ja nicht da. Man hat da keine Vereinbarung. Das ist ein Problem. Man kann da keine Termine machen. Wieso? Ihr könnt euch absprechen. Ja. Wollte ich ja schon. In der Mainz so geht nicht. Ich hab irgendwas zu tun oder so. Ich hab gesagt so, okay. Ich geh nach irgendeinem Universum da rein. Aber erst dann wird ein bisschen schilden. Ja. Ihr könnt ihr mir eine Welt auch gerne schenken, wenn das irgendwie geht, dass wir die selber haben. Nee, das funktioniert nicht. Ja. Okay, Leute. Leute von... Alter, ich hab schon wieder weiter ein Wesen. Echt? Mein drittes Jahrzeh. Ja. Okay, Leute von heute, ne? Also... Wir... Brauchen... Aber hier sind irgendwie zwei Biome drin. Ja. Kennst du das jetzt? Hier sind drei. Wollt ihr mich verarschen? Alles klar. Wollte nur eins sagen, oder? Alter, aber ein riesiger Dorf, ey. Echt? Ja, guck mal hier mit Pyramiden. Boah, Junge. Geh mal in die Pyramide rein. Geh, mach ich auch gleich. Ich werfe ein bisschen, was da für Biome sind, ey. Und nehme ich irgendwie... Ey, geht doch mal ja nicht. Ich dachte, hab nur einen Biome. Hello, this is Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Nein, nicht die Fresse. Thank you, Sir. Your spectacular aircraft is now ready for you at our nearest Airfield. Ja, fick irgendwelche... Fick irgendwelche Schnubis durch, ey. Ja, da war. Da war ich ja. Das ist so richtig bullshit, ey. Ich hab 126.000. Die sind so geil. Ja, ich war jetzt so... Ja, Keil, 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 Keil Puflowski. Geil Puflowski? Ja, Keil Puflowski, alter, richtig. Man kann noch geil Puflowski nennen. Haha. Auch geil, ja. Ja. Hier ist eine Ozeane, ey. Okay, wisst ihr ja, was wir heute machen? Wir fliegen zum GTA-Wermüro 3. Du musst erst mal ein Seen-Ment-Update. Nein. Nee. Nein. Jetzt ohne Scheiß. Das ist kein Update. Nee. Nein. Und wie kommt es denn hin? Das wollte man schon sein. Hat er hier so'n riesen Meer, aber keinen einzigen Unterwassertempel. Okay, da haben wir ja schon so'n Anwesen, ja. Geht weg, ihr Pisser. Aber hier hätte perfekt in der Wassertempel reinpasst. Echt? Ja. Hört ihr eben? Ja, per 3 würde perfekt in der Rind passen. Aber unter Wassertempel sind eigentlich die wenigsten, die spawnen. Die spawnen nur bestimmten Bedingungen, aber das ist eigentlich nur einstellend Einstellungen zu machen. Pallelowell, 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 Pallelowell. Ey, sag mal, das ist doch hier kein Großbiom. Ich meine, ich kann das immer löschen oder bin nicht anwesend, aber okay. Ich habe noch andere Map von anwesend drin, das wisst du? Ja. Ja. Das fällt mir hier nicht, ey. Was denkst du, ist schneller, ein Helikopter oder ein Flugzeug? Ich glaube, ein Helikopter ist schneller. Ja. Ja. Na ja, weil ein Helikopter schnell nach unten kommt jetzt ein Flugzeug. Naja, das macht ja nichts. Ich will ja nichts nach unten. Ich habe ja irgendwo in der Karte, da habe ich sehr viele Bauwerke. Das muss ich irgendwo noch haben. Und falls ihr nicht wisst, von wem ich das habe, das habe ich von... Von wem habe ich denn das? Weiß ich nicht. Scheiße, jetzt habe ich vergessen von wem. Ah, ich bin jetzt ein YouTuber. Ja. Lass dir raten drum. Nein. Das wird kein GTA mehr. Hat er mal GTA gespielt? Ja. Das habe ich von... 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 Enrico Italia. Wie wird der gesprochen? Enrico Italia. Ja, das ist Italiener. Deutsch. Ja. Ja. Wird Fan von Italien. Ich weiß es nicht. Ihr könnt ihn ja immer gerne gucken. Ja, wen für Abos hatten wir? Ja, wenn wir noch mal das Neugier wissen. Keine Ahnung. 100... 100... 12... 3... 7... Irgendwann in der... Mehrstelligen. Taubender. Wenn er 5000 Abos hätte, dann könnte er sich in irgendeinem exklusiven Club bei YouTube anmelden. Nee, der hat mich verstanden. Der ist ein Herz von Frauen. Den kann er sich in irgendeinem exklusiven Club bei YouTube anmelden. Welchen denn? Allgemein werden 24 gesehen. Da gibt es im Club da über 5000 Abos. Da kann man sich einloggen und kann dann noch mehr Abonnenten oder noch mal Unterstützung bekommen. Weil da verschiedene YouTuber auf einmal... einmal kooperieren. Und dann... Ist ja auch Miiverse nicht so an der Brat. Soll ich sagen, warum nicht? Warum? Weil Miiverse YouTube nicht unterstützt. Ich denke, die nehmen Recht auf YouTube. Ja, aber... Wenn man da seine... 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 Seinen Account und sein Video eingibt. Seinen Videoname. Ja. Dann soll man ein Strike bekommen, hat jemand mir erzählt. Und das stimmt auch. Die haben bei mir eine Mahnung geschickt. Bei einer Meldung von mir. Wo? Also jetzt nicht Miiverse... Nicht YouTube, sondern Miiverse. So. Ich hab gedacht... Ich hab gedacht... Nee, 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 nee. LOL. Die haben bei mir nichts verboten. Nein, die haben... Die haben es einfach gelöscht. Und aus der Schnitt 1 war drinnen. Von Administrator entfernt. Aber warum? Verstehe ich ja auch nicht, warum das so ist. Deshalb bin ich ja von Miiverse nicht so unfreund, wisst du? Ich bin immer noch ein Freund von ähm... Facebook. Von Discord. Was ist denn Discord? Na, das ist so eine... Mobile App. Und nein, das ist kein Produktplacement. Keine Produktplatzierung. Okay. Und... Das ist zum Beispiel... Da kannst du halt mit deinen Freunden chatten. Ja. Und da kannst du halt alles machen, was du willst. Das ist auch geil. Aber ich bin da mehr an YouTube fixiert, weil man deine Videos hochladen kann. Man hört, dass du so unterwegs bist, ist immer wieder informativ. Aber... Bin ich so ein Cheffreund. Ich bin mein Hochladefreund. Oder nicht? Ähm... Wo bist du denn gerade? Hallo Tobel. Und wo ist denn das Dreieck? Ach nee, wir sind hier am Forest. Cover, Mountain. Ich würde ja mal das Rückkehr machen, bevor du nachher abdrecken tust. Nee, das bleibt ja so am Flügel. Ich will zum... Ah... Ach toll, ich bin in dieser Portal nicht mehr. Ich bin wohl ganz neuert. Jo. Na ja, also wie gesagt... Ich bin ein Freund vom Iverse, aber auch nicht so ein großer Freund von YouTube. Von YouTube bin ich mehr Freund. Nee, ich hab nichts gegen Iverse, nee. Aber... Manchmal ist das Programm ein bisschen wählerisch. Ja? Ja. Hat der Röni mich verarschen? Was denn? Ich bin im Cave gespawnt. Und der bestimmt auch im Tiefen Cave. Also sind wir noch die Höllenpartei ab, die den Cave gespawnt hat? Oh ja. Schon viele. Du bist das erste Mal oder innen der ersten Male. Echt? Ja. Ja. Ich bin ein bisschen der Verarscher. Du willst im Cave anfangen, eh. Ich bin ein bisschen der Verarscher. Du willst im Cave anfangen, eh. Ich komme, welche Ebene ich bin. Wie kann man das übrigens sehen? Mit der Karte. Und was ist, wenn man mal keine bei hat? Mit der Managekarte. Ja. Ja. Wie kommst du am schnellsten nach Dresden? Ja, mit 43 bin ich. Na ja, okay. Wie kommst du am schnellsten nach Dresden? Ja, im Finger mal abstecken, glaube ich. Steckst den Finger im Po in Dresden? Ach, Dresden, genau. Jetzt verstehe ich den Witz. Dresden, Finger im Po steckst. Nee. Ja, das würden viele machen, dass du da. Ja. Ja, stell dir mal vor, du würdest dann auch da hinkommen, wo du den lebst. Ja. Ey, flieg vernünftig durch. Weißt du, auspackst, da haben sie Klecker 3 mit den Schuhen und kommst dann nach Hause. Was? Klecker 3 mit den Schuhen, also Schuhsohle in Schuhsohle. Also so hier mit den Fußhaken, ja. Ja. Dann kommst du dann nach Hause und du bist auspackst, Fantasy 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fantasy war langt gesagt. Gut, ich bin immer noch nicht zu Hause. Weißt du, wie es wirklich heißt? Nee. Kratmen, nee. Kai zuckt Kratmen's Bolz. Also Kai zuckt Kratmen's Bolz. Kai zuckt Kratmen's Bolz. Kai zuckt Kratmen's Bolz. Ah, ja. Alles klar. Kennst du die Folge nicht? Nee. Fantasialand, wo die bösen Fantasiefiguren kommen? Welche? Dreiteilige Episode? Da wo die wie aus WoW sind? Ja. Ja. Doch, die kenn ich. Nee, meinst du WoW immer wo Batas so gesagt? Da wo die Al-Qaida da einen Terroranschlag auf das Land hat. Ja, doch. Oder? Ich weiß es nicht. Wo diese große Mauer war. Wo die da drauf standen? Na ja, als vollenermaßen. Also... Ich kenn's wirklich nicht. Wo Kratmen als Syltan-Deutschit und sagt, okay, jetzt musst du den Syltan irren Eier decken. Haha. Und dann war er als Papst, ja? Im zweiten Versuch war er als Papst, ja? Als dritten als König, ja? Und dann ist er verausgerastet, wo die Regierung solltet der Fall ist. Der Fall braucht nicht mehr beklärt werden. Dann ist er völlig ausgerastet. Er hat es mir ein Fantasialand sich vorgestellt, ja? Wie Kai da am Ende, ja ganz am Ende, ja? Wie Kai da, wie Kratmen da steht und Kai der in seine Eier lutscht, ey. Und dann Kratmen sagt so, wow, du bist aber gierig Kai. Das ist so geil. Sieht alles über vorne und Kai sieht tierisch aufregend, ey. Das ist auch geil. Ja. Man sieht immer, was da drin ist. Spinn-Augen sind auch ab sofort drin, ja? Nee? Im nächsten Jahr. Du altes Arsch. Eins mal Rack, wow. Ich möchte bitte, äh... Ich möchte bitte ein paar Cops schauen weg. Und... All done. You're good. Aber wir müssen ein paar Cops haben. Nee, Cops weg schauen. Cops schauen weg. Jetzt hast du 5000... Jetzt hast du 5000 verloren. Ja, aber es lohnt sich. Ich kann ja ohne Sterne rein, hallo? Flieg! Wieso willst du denn grad hin? Ich hole mir jetzt ein Jet. Bei der Polizeistation. Äh, das ist keine Polizeistation. Flughafen? Nein! Was denn? Da vorne fährt ein Panzer! Ach so, Militär. Ja! Da hole ich mir den Panzer. Oh, hier ist auch ein großes Dorf, ey. Ja, ich höre mir den Panzer. Mit Pyramiden... Hey Panzer, warte! Hier gibt's eins, zwei... Tiga, warte! Tiga, ah, ma! Wollt ihr mich verarschen? Es sind zwei Pyramiden in der Welt? Hi, na? Ja? Johnny? Ja? Hier sind zwei Pyramiden in der Welt. Dankeschön, für den Panzer! Zwei Pyramiden, ein Dorf, ein Anwesen... Nee! Ein Dschungeltempel... Echt? Ja! Lol! Zwei Dörfer, jetzt wissen wir zwei Dörfer... Zwei Pyramiden, ein Dschungeltempel, ein Anwesen... Das kann ich mit rechts machen. Nix... Hallo... Ich möchte bitte durch... Digga, ah, ma! Den Tick muss ich noch mal aufschreiben, weil... Digga, legt euch niemals mit dem Panzer an, ne? Ich sag euch so, safe, ihr werdet verlieren. Ich hab schon mehrmals... Du meinst jetzt die Onlinespieler? Nein, die Zuschauer. Ja... Warte mal... Hier... Ne, Hexnitt ist hier nicht. Aber jetzt löschen da so viele Bohrweh, okay? Ich muss hier so schnell wie möglich raus, ne? Ich glaub, hier geht's raus. Ja! Hier geht's raus! Ich hab nur noch 44 Sekunden... 44 Sekunden... Muss reichen, muss reichen, muss reichen. Ja, dann lass mich doch mal raus, du Idiot! Ich hab nicht raus... Ich hab's nicht raus... Ich hab's nicht raus... Der Nächsten eigentlich... Oh, ich hab's nicht raus... Ich hab' die Polizei gepunkte... Trainer, Vario, schweiß... Trainer, Vario, schweiß... Trainer, Vario, schweiß... Er ist ja, jetzt auch... Junge! VNG! FIGA CHILL Nein! Nö, 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 nö Einfach geradeaus, Alter Oh, drei Dörfer, Alter Drei? Ja FIGA AMA Die wer kockt und die wer laut Ist immer voll krass, ey Den stelle dir vor, hier ist ein riesen Anwesen, ja? Oh, tschüch Wenn du den wirst, wenn du den sie nachher verraten, wenn du möchtest Da wird was erinnern dran Ich weiß nicht, wo das anwesend war. Alles klar, 4 Sterne. Alter Stil. Wie? Genau. Anwesend, wo are you? Du weißt ja, dass er entzielt, wie süß. I know it. And I know it. Auch nicht. Was? Ich bin geil. Danke. Danke! Das hat mir ja noch nie einer verstanden. Irgendwo hier zwischen... Irgendwo zwischen... Panzer! Ja! Panzer was? Panzer? 2 Panzer gegen... 2-1-1. Unfair. Ich denke, dass ein Terrorist wärs. Ja! 3 gegen 1! Das war ja... Farschen! Ja, ein wenig. Alles klar, hier komme ich wieder hoch. 4 gegen 1! Da Make a O-peut-unwesend hab irgendwo... Digger Arme, ich mach euch vollkommen kaputt. Vier Dörfer. Alles. Vier Dörfer, jetzt vier. Ach, hier kann man ja weiterfahren, ist ja geil. Ist ja geil. Da steht ein Ocelot. Das ist ein Ocelot. Na hier, ein Ocelot. Du meinst, das ist nicht die Mein-Kopf-Katze. Doch. Da steht ein Ocelot. Ocelot meinst du? Ja, das heißt wirklich Ocelot. Ach du Scheiße. Armer, das ist armer Otto ey. Ja, ne. Von euch hier, wird noch nicht Mein-Kopf-Gedist werden. Werden sie aber. Ich weiß doch, hier kann man irgendwann vor. Ich fühle mich hier schämen, wenn ich Ocelot helfen würde. Nein, jetzt Ocelot zu helfen würde. Bitch. Ich fühle mich jetzt, dass ich das Ding wieder finden würde. Ich fühle mich jetzt, dass ich das Ding wieder finden würde. Und tschüss. Die Dörfer und erster Dörfer, ach hier ist es. Genau, im Spawn-Point. Okay, Scherz, es sind vier Dörfer. Zwei in der Wüste, eine in der Telga und eine auf dem Land. Echt? Ja. Oh, bitte, dass hier jetzt gerade kein Panzer kommt. Oh nein, Mann, Mann, Mann! Lies keinen Panzer, lies keinen Panzer, lies keinen Panzer. Wo kam der fucking Panzer her? Keine Ordnung. Aber ich war doch nur mit dem Ding. Guck mal, ich hab den froh in sich darüber. Auslöcher. Ja, ihr Wichskrüppel. Ja. Scheibshuhrensöhner, ey. Ja. Die Hure ist doch die hier dann. Die gewährt neue Huhrensöhner. Die gewährt gerade ein, zwei, drei, vier, fünf, neue, sechs neue Huhrensöhner. Sechs neue Huhrensöhne, ey. Ja. Der Kaktus ist aggro. Der will, der hat zu viel Charaktäne, der wurde zu viel schwängert, ey, na. Der hat zu viel Heroin, oder? Ja. Geh jetzt mal einfach hier rein, stell ja auch einfach, sag mal. Gib mir dein Auto! Und lass dir gucken, was das ablögt. Dann gib mir dein Auto! Bäh. Und tschüss. Gebt mir dein Auto, das gefällt mir so. Oder gib mir mal eure Auto. Denn anwesend soll es selbst eine Folterkammer geben. Oder das war das, oder das war es, was wir gesehen haben. Wo? Na, wo ich gespielt hatte. Nee, die Folterkammer ist zum Gehen mit Copeland und Copeland. Das war so gut, wie viele Menschen da, ey. Nee. Obwohl ich auch leichter mache, auf eine Maya gemacht hab. Das war jetzt gut auf ein Zombie. Und da jetzt geht er auch Bewohner hier irgendwo platzieren. Denn das willst du dann mal einen Zombie-Kampf machen. Kannst du eine Minna-Wette machen. Also geht dir den Sieg, bist du? Ja. Und diesmal läuft alles glatt. Ich hol mir einen Jet. Er holt sich einen Jet. Und wir müssen mal kurz den Cut machen. Und da sind wir wieder. Hallo, Hallihallo, Hallihallo, Hallihallo. Hallo, auf einer erfolgreichen Mission einen Jet. Oh, oder auch nicht. Hallo, Mr. Skelett. Ich stelle dich jetzt vor. Mr. Gillett-Abtip. Ich weiß nicht, wer es sei, meine Leute. Ich meine jetzt mit Mr. Golem Eisen. Oder Mr. Golem Schnee. Hallo. Ich bin Gillett-Abtip. Wer ist denn das? Ich weiß nicht, wer es sei, meine Leute. Ich habe Wasser mit Schaddämpfer. Du nicht. Wo du nichts kannst. Wollen wir jetzt ein paar DINAs fahren für den Mr. Eisen Golem? Eisen Golem, stell dich mal vor. Das ist Mr. DINA. Boah, da vorne fliegt noch nicht. Ich gehe in Eisen Golem sehr schnell. Wer, die DINA? Ja. Vielleicht mal so weiter. Werde sofort losschlagen. Habt ihr ja gesagt. Der Eisen Golem ist jetzt gestorben. Echt? Ja. Meine Sch***. Dann gehen wir ein paar Villagers das belohnen als Bestien. Ihr Villagers habt ihr jetzt. Geil, die rennen alle hinterher. Oh mein Gott. Einmal im Menü drin, ey. Äh, ja. Hätte mich mein Ding passen können. Alter, die haben alle Dorfbewohner ausgerottet jetzt. Wer? Ich habe über 10 Stück Kinnestellt. Die DINA. Ihr miesen Schweine. Ihr habt Card Link getötet. Kenny getötet, heißt er. Äh, ja, meine ich doch. Ja, Kenny. Weil Card Link hat einen Satz super, hätten sie gesagt. Super. Ich hab das gut gemacht. Mini Dorfbewohner. Hier, ein großer DINA. Haha, er lebt da weg. Pusch. Ey, das sieht richtig geil aus. Nee, Alter, mein Kind hat sie erst. Er klingt erst ein Kind, Alter. Haha. Guck mal. Oh, Alter. Wahnsinn. Warte mal, jetzt haben wir die Kind killt. Ja, ja, die geht doch mal vorhanden. Kinder-Mörder. Ja, okay, die Kartografen, Alter. Das sind die Gründorfbewohner. So. Ich komm jetzt. Ich will ja wissen, was töten die DINA noch so aus, seit Dorfbewohnern ein Spieler. Eisenbrunnen? Ja, das stimmt. Ah, das ist klar. Ja, kurz, da ist es irgendwie ein kurzes Geräusch her. Das ist so, das ist auch klar. So. Shut up, motherfucker. Ich würde es nicht sparen lassen. Die verdrecken, die verdrecken schöne Teppcher. Okay, so you're in serious trouble, and you need my help. Okay, okay. Hahaha. Ich denk, woher ist doch kaum eine Chance, ey. Ich mach jetzt mal ein Eisenbulle gegen Magier. Ich denk mal, wo sind die Magier? Hestle, knallt wieder alle ab. Oh, gut. Und eigentlich müsste es jetzt auch noch ein Trophäe. Trophäe müsste ich jetzt eigentlich noch ein. Alter, es klingt die Magier völlig aus, ey. Yay, selbst an der Tarkassenbau. Alter. Der Eisenbulle ist jetzt gestorben, noch 30 Sekunden. Nach wie? Nach ungefähr 30 Sekunden ist der gestorben, ist die Magier. Wer? Ja. Der Eisenbulle. Der Eisenbulle. Oh, da steht der Magier. Geil, ja. Wie stark die sind. Ja. Wir brauchen ewig, um jemanden zu töten, ja. Und die. Der ist jetzt ein richtiger Dachshop, ja. Ja. Arbeit mal lieber voran, dass er dir jetzt ein Wisser in der Stelle stellt, aber wird anwesende reibbar sein lassen. Annelie kriegst du nach Annelbet, stimmt ja. Ja, deswegen. Ich habe eine Idee, ich mache eine Sicherheitskopie dann. Nee, die sind immer alles anwesend, warte mal. Die sind immer mal ehens auf. Oh, mein Jet steht immer noch da. Was hier? Äh, ja, zwei. Aber nächste Watt, der Problem ist, die können die Wisser gar nicht töten, das ist dann, warum nicht? Weil der da fliegen tut. Stimmt. Ja, die können sie gar nicht kennen. Aber die mag ja. Die haben Plagegeistern, stimmt. Aber ich will halt, der mach ich mal, nehme ich mal auf eine andere Welt, die auch am Papierbar ist. Dann nehme ich jetzt, äh. Schau mal, ob ich hier in den Spielsturm, tu, hier gehe ich hier rein. Nein. Ich weiß nicht, ob ich hier in den Spielsturm, da habe ich nichts verbaut. Der fangt jetzt bald ab, der ist schon Rauch drinne. Ich weiß. So, ich will erstmal... ...unschüssdings bums. Für erstmal gucken... ...de Schwierigkeitsprache. ...und... ...friedlich... ...heil... ... ... ... ... ...bitte kommen die Magier... ... ...und der Wisser. Hm. Sehensamten-dreik-Klopf-Verandert. Jetzt mal zeige ich dir den Wisser. Der kriegt natürlich wieder alles. Er ist da und das mal die Magier. Die Magier geht da nicht. Doch, der geht die Magier. Eindeutig. Jetzt greifen die Magier mit Plagegeister an. Aber die rissen nicht viel bei ihnen aus. Ne? Ne. Ein paar Schafe gelungen auch für die Kasse Schafe. Ja, ich mag die auch nicht. Dies macht die nicht. Hier, Kir, die verrückte Schafe, Rissa. Die mag keine. Guck mal welches Level ich schon bin. 51! Geil! Wie hast du denn die Schafe? Ne, kaum nicht. Ach so. Wie hast du mit einem... Oh oh. Das muss ich jetzt ohne Schafe muss ich machen. Ja. Was ist der verrückte Wisser jetzt denn, ey? Wisser, wo bist du? Hallo? Wisser? Wisser ist nicht mehr da, doch da hinten. Aber die Magier sind ohne gerade dumme, ey. Wieso? Dann stecken sie sich unterbauen und greifen dann die Klage ist in den Wisser an. Ja. Ja. I guess you don't like friends. Wird er mal aufstehen? Wird er mal da hinrennen? Ist zwar nicht meins, aber egal. Von der Regierung, Alter. Ja, ohne Scheiß. Als ob das Form nicht drin ist. Hehehe. Schmeckt doch nicht, oder? Und wenn nicht fliegt, ja. Tja. Aber entlang den hast du ja nicht so besagen, als wenn du den Trump entführst. Obwohl der ein bisschen eigenartig ist, aber trotzdem. Den darfst du nicht entführen. Da ist es ein bisschen. Kann ja mal auf die Inboard-Kamera. Kann ja mal auf die Inboard-Kamera. Nein, da ist kein anderer aus, eigentlich. Aber weiß ich nicht mal, wo ich hinfliege, aber... Naja. Wo ich hinfliegen sehe. Naja. 115.151. So viel müssen André erstmal haben. Oder nicht? Das war von mir, der modet sich einfach was. So und so und der. Da steht Maze. Bank. IIA und FIB. Das sind die größten Hochhäuser, meinst du? Nein. Das größte ist eindeutig der Maze Bank-Fahrer. Und natürlich auch die Bank schon wieder, ey. Die Banken sollen sich dann in den Firmen verstecken, ja nicht im Hochhaus. Ja, ne. Hochhäuser sind für die heutigen Leute da nicht, nicht für knauserige Leute. Nicht für die Bank. Nicht für Knausers. Nicht für die Bank-Leute. Nee, die knausern so. Ja. Was meinst du mit Geld und sich, aber... Ja. Einfach genauso bei normalen Verbrauchern. Ja. Und Storzflug auf den Boden. Nicht. Du bist am Autobahnkreuz. Ja. Du bist am Autobahnkreuz. Da ist das Gefängnis. Ich krieg einfach mal hin ohne das Gefängnis. Ob du Todesfrag? Ähm, ne. Also ich komm ja nicht rein ins Gefängnis. Meine Frage, gibt es doch ein Todesfrag, wo die Menschen schlachten tun? Nee. Nee? Nee. Oder es gibt es nicht mehr, nee? Ich wüsste nicht, dass es das Leben weiter ist. Wir sind ja heute Nacht um Weihnachten, ne? Ja. Joh, das ist schuldig. Was ist die Antwort? Na, 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 na. Nii, na, 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 na. Uuuuuh. Was ist die Antwort? Das ist die Antwort. ich bin schon online aber ich bin schon online aber ich bin nicht mit der anderen ich bin alleine ich verstehe aber nicht warum ist jetzt so ein buzzer Deine Filme kostet 2 und so, dann kann man schon den Scarf nicht. Kann man ja mal gucken. Neh, blüüüüüüüüüüüüüüüüette war Drei Millionen. Was schätzt du, was der kostet? Tief. Was? Das ist eine normale GTA. Hä? Das ist eine normale GTA. Ne, hier so. Was hast du denn, was meinst du? Als Preis? Den Panzer meinst du? Nein. Was denkst du? Eine Million für 100.000? Eine Million für 150.000. Okay, ich sag einfach mal von 100.000. Oh, genau. Genau auf den Kopperup. Genau auf den Cent. So, da gibt es ja keine Sandsabba. Ne, da gibt es ja große Diensteine. Oh, ja. Ah, ist die Bahn. Hansa, ja. Echt? Das finde ich nicht so laut. Ja, doch nicht, dass sie in den Krieg kommt. Das wär als Sirene dann, oder nicht? Ja. Ja. Ach nee, jetzt kann ich ja nur noch ein Offenmodus. Mach kurz leise, mach kurz Pause, ob das wirklich die Bahn ist. Ja. Er war gerade Bahn. Ja. 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 Ja, jetzt ist er raus. Ja, jetzt die Bahn ist 27. Du kommst immer dein Gegen gegen der Zeit. Du brauchst nicht reise schalten. Es ist ja halb jetzt, dann kommen die immer. Das ist Lüge. Ja. Ich glaube, du wärst alle krass. Wissen Sie mal, du bist in der Nähe? Und zwar genau jetzt. Das ist, die Sie nur veröffentlichen Menschen finden. Die mit den Schwertetatplitoren sind. Das ist lustig gemeint. Weak? Was ist das nicht nennen? Dann werde ich angegriffen, ohne dass ich Rundungsanzen hatte, ich geteilt habe. Ich bin noch ein netter Mensch. Tja, die wollten, dass du keinen Ausbruch machst. Was? Es ist ein Rundungsanzen. Es ist ein Rundungsanzen. Du bist so ein Rundungsanzen. Was ist das? Oh, Junge. What do you win? Was für Sie denn hier? Haha! Sie hat 3-6 in den Nordkosten. Scheiße. Zwei Rutschkummer. Das ist nicht gut. Dome HD1234 ist jetzt offline. Warte, müssen wir Bomme zusammen? Nein. Oder vielleicht doch. Komm mal. Und da ist dann eben der Stand Dome. Ach so. Ja. Bist du freund von dir? Ja. Ja. Wir freuen uns nicht. Ja. Nimm mal nimm, was du denken tust. Ein etwas. Ja. 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 Ja, du kannst es dir los schießen. Ja. 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 Das war eine echt, echt blöde Entscheidung. Das habe ich mit Absicht gemacht. Ich fange gerade an, holst du mal den Stick aus der PS2? Na, alles klar. Aus dem PC? Nein, aus der Wii U. Warum? Für den Controller. Achso, brauchst du einen anderen Controller? Ja. Wofür? Ich würde damit ein paar Wheelies ziehen. Ein was? Wheelie. Was sind Wheelies? Das zeige ich dir. So, geht das nicht bei denen? Mhm. Die ist hier hinten kaputt. Deswegen schieße ich ja hier mit. Achso, ja. Ja, wegen der Ausfall, die wir aus der Rasse pissen nicht wahr. Kannst du das sagen? Nein, das war der andere Controller. Achso. Ich wette, ich treffe den Flügel. Und jetzt nicht. Willst du damit machen? Keine Ahnung. Das ist langweilig. Geputz, Digga! Ich schließe das mal auf irgendeine Dinger rauf. Ja. Ist ja nicht gerade viel gebracht. Nee. Da ist die Chernobyl, Johnny. Ja. Willkommen in Chernobyl. Ich sage heute wegen H. Oh. Boah, geil. Ich komme hier rein, Alter. Willkommen. Sie haben eine Reise nach Chernobyl gewonnen. Oh, das wäre so episch, ey. Das wäre so episch, ey. Das wäre so episch. Ja. 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 Herr, das ist ein Elektroschock. Oder auch nicht. Oh ja, er ist overpowered. Keine Elektroschläge. Ja, die Polizei hat ja die Füße zu tun. Nein, die Polizei kommt nicht. GTA 6 kann man die bestimmt zerstören. Ja, denke ich auch. Okay, das hat nichts gebracht. Dann fache dich bloß nicht selbst ab. Nein, das geht nicht. Wollte mal ein bisschen die Mundi aufheben. Was? Die Stimmis hier kommt. Neu. In der Zeit, wo ich angesperrt bin. Ey, das verstehe ich nicht mehr. Du bist aber nett. Das ist vielleicht gut. Wo bin ich denn? Ah, hier kann ich auch. Er wollte die Therapiestätte vorher erst nicht lassen. Ich bin frei. Psycho ist frei. Aufpassen. Granate. Oh, eine schöne große Explosion. Dumme, wir schon wieder nicht. Oder auch doch. Ja. Okay, damit funktioniert es nicht. Auch nicht. Ey, haben die Cops irgendwie nichts zu tun? Doch, die wollen gegenseitige Donuts dutschen. Nicht essen, sondern dutschen. Auch wenn es sonst nicht steckliche Donuts sind. Ja. Guck mal auf Ronda. Ja. Meine Munitionsanschneider. 8000. Nein. Ich zeig dir mal, wie schnell ich nachladen kann. Zeig mal. Oh voll. Okay. Geil. Schon geil so. Eine Frage, was hast du denn? Geht noch mehr aus, wenn er bei den Spielen verkackt? Wie? Deine Freunden jetzt so. Ich bin der Mitmeister. Ja. Beziehungsweise ich bin der der Meister aus Rasteln. Und weil er mal sein schönster Ausraster würde ich gerne mal wissen. Da hatte ich vor dem hier. Vor dem PS2-Controller. Ja. Da hatte ich mal noch einen. Ja. Ja. Also hätte ich dir den vorher und nachher gezeigt. Ich glaube, du hättest ja nie wieder erfahren. Boah. Was ist denn da mit dir der Macht? Also genau Einzelheiten will ich nicht erklären. Solange ich sicher auch das ist okay. Genau deswegen. Nein. Du hast das Ding hier an deinem um 8. Nein. Ich meine in so einem Spiel. Ach so. Wo ich halt so welche abknallen musste. Ich will den doch nicht anrufen. Und... Nee. Ich will den doch nicht anrufen. Na, halt aber. Entschuldigung. Wer ist das? Mein Mechaniker. Ach so. Der bringt mir mein Auto. What do you need boss? Some wheels? I can bring them round. Wirst du irgendein Auto? Sag mal stopp. Mach weiter, 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 weiter. Und stopp. It's coming at you. Du hast mir gerade mein schnellstes Auto. Oje. Bring mir mein Auto. Bring mir mein Auto. Er läuft auf der Autobahn. Autobahnläufer. In Deutschland nennen sie ihn zu Schottriege stoppt. Geisterläufer. Das stimmt. Ach kein Schatz in Deutschland. In Deutschland müssen sie zu Schottriege kommen als sowas. Ich weiß. Zieh an Junge. Geisterläufer. Ernte geile Riesen. Ich glaub wenn da. Ja. Verpiss dich. Bin sowieso schneller als du. Fünf Kilometer. Ja, das sieht man. Vier Kilometer. Was ist denn? Dann hol ich mir ein Auto, was mir Geld bringt. Geist du. Bekann ich da und mein Auto. Oh, aber das war gerade so. Du bist so. Ja, ich weiß. Es ist so. Erinnert sich, wie Steafart angehört. Ich weiß. Steafart meint ich. Ja. Verpisselt. Nee. Packt das aus. Noch 2 Kilometer. Äh, 2.7. 9. 6. 5. 9. 5. 9. 3. 9. 9. Ne glaube ich, 2. 9. 1. , oder? In derektion. Wird du wieder so denken? Ich gelassen ihm die Dock vor. Deine Mama. Ja. Und? Ja. Ich sag's ja, Deine Mama. Ja, sorry, ich bin nicht so perfekt am Fahrer. Zwar bin ich nur ein Probier-Empfahrer, aber... Soll ich die Lappen auch nicht mehr weiterlaufen, ja? Hä? Lass mich die Lappen auch nicht mehr weiterlaufen. Ja. Okay, wir... Wir klauen jetzt den Lappen. Das war still und heimlich. Aber auch nicht still und heimlich, ne? Okay, so you're in serious trouble and you need my help. Okay, okay. Hey! Ne, zu der muss ich sicherlich nicht vorbei. Ich muss jetzt in halt einen Stop-Marathon machen. Und Leute, wenn ich das weggebracht habe, dann haben wir wieder Geld! Und zwar weiß ich nicht, wie viel wir dafür kriegen, aber... Ich muss ja nur die Farbe ändern. Und ich glaub das wird wie meine... Ich glaub das wird wie meine... Galaxis-Blau... Galaxis-Blau... Übrigens... Tretet mir bei... Die... Galaxis-Blau-Crew... Hashtag... Äh... Schreibt mal... Hashtag Galaxis-Crew-Blau... Äh... Galaxi... Galaxi... Galaxis... Blau-Crew... In die Kommentare. Meine Fresse ist das Wort schwer. Ja... Willst du mich eigentlich verarschen? Die soll sich um wen anders kümmern, nicht um mich? Ich hab gar nichts gemacht. Ich war immer noch netter geworden. Zwar nicht immer, aber meistens. Ziemlich oft. Zwar beleidige ich oft ziemlich viele Menschen. Du Hurensohn! Wie zum Beispiel jetzt. Hi. Mein Name ist Jeff. Mein Name ist Jeff. Mein Name ist Jeff. Brrrr... Erflex von mir. Verzuhig! Halt... Ihn... Halt... Wenn du sieh... Mit... Halt... Halt... Nur das bauen wir ein. Mott... Das ist hier entspann. Das ist hier nicht vorbei. Dauig! Hier, hier steckt Galaxis Blau. Jetzt kommt noch der Perfekt. Galaxis Blau. Das macht er so unseren Neuron widerstehen. Schau. Okay. Kriterien. Köln... Schlüssel. Drin. Dann aus... Zwoch! Und... Ich bin. 50.000. Ich bin. Ich bin. Wollte ich essen? Nein. Alles klar. Willst du wieder ein Brunschchen essen? Welche? Hier. Willst du die essen? Ja. Gut. So, machen wir einen kurzen Cut. Okay. Okay. Weiter geht's. Und übrigens, ich habe gerade eine Crew gegründet. Die Galaxis Blau Crew. Selber jetzt? Ja. Welche Unterleuten? Nein. Also ich um die Zuschauer. Es ist YouTube Zuschauer? Ja. Achso. Flieg! Shit! Das war mal ein geiler Stand. Ja. Echtlich easy war aber darüber. Oh mein Gott. Das war dumm von dir. Von mir? Er hat sich doch in den Weg gefahren. Ja. Das fährt jemand anders? Nein. Da ist aber vor mir einer gefahren. Achso. Und der Typ hat sich mehr in den Weg gefahren. Ja. Ja. Jetzt kann ich das Auto neu machen lassen. So ein Hurensohn. Oh, jetzt kommt so frische Luft rein. Ja. 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 Ich zahle 1100. Ja. Du hast über 100.000 dafür. Ist damit passiert. Ich musste damit die Lackierungen nehmen. Und irgendwas einbauen. So dass das Auto nicht mehr so ist wie vorher. Oh. Weil ich musste es ja klauen. Ja. Von einem anderen YouTube und anderen Online Spieler. Nee. Von einem anderen nicht Online Spieler. Von einem anderen. Also vom NPC. Achso. Und wer war das? Was? Der NPC? Wie hieß er? Ich hab mir den Auftrag bekommen das zu klauen oder umzulockieren. Und das einbauen. Achso. Das war ein Auftrag mit solchen hier. Ja. Ja. Eigentlich wollte ich auf die vier Garagen hier entsparen. Kostet 217.000 zusammen. Mhm. Aber wenn ich den nächsten Auftritt mache, dann muss ich glaube ich zusammen haben. Mehr dann 2003 ist offline. Ja. Boah 2003. Das war viel zu lange her. 2003? Ja. Da wurde ich aufgeboren. Achso. Sein Geburtsdatum. Ja. GTA ist neu. Ja. Das heißt neuchtes gelesen würde ich wieder gratis sagen als der GTA ist neu. Gratis ist neu. Dein Punkt, Punkt, Punkt ist kleiner als mein Punkt, Punkt, Punkt. Du musst es jetzt bezahlen. Hm? Du musst es jetzt bezahlen. 470. Ich will mal vor deinem richtigen Leben, sonst so viel Geld. Ja, ja. Ich stell dir mal vor, das ganze Spiel wär so viel, ne? Ja. Ey, unendlich leben. Ich würde immer auf der Autobahn sitzen. Ja. Und der kommt in der Auto so, BATZ! Ja. Tod und Resports wieder. Ja, richtig geil, ja. Na, dann müsste es jeweils noch größer sein. Oder einfach bloß ein Speicherforum, wenn man endlich die Speicher noch verschieben kann. Ja. Das wär geil. Ja. Na, du bekloppte Wii U, dann machst du so fix dich im Arsch, okay. Bekloppte Wii U. Fettet Gamepad. Fettet Gamepad. Fettet Gamepad. Ja, ich muss ja drunter machen. Ich finde das so lustig. Was? Fettet Gamepad? Ja, jetzt sagen du. Fettet Gamepad, ey. Ich hab ja so Dreckstücke, ey. Fettet Gamepad. Fettet Gamepad. Fettet Gamepad. Fettet Gamepad. Fettet Gamepad. Fettet Gamepad. Was für ein Arsch. Fettet Gamepad. Fettet Gamepad. egal was willst du ich komm gleich wieder und dann prügeln und dann prügeln wir uns die klausen weg okay dann gehen wir um die ecke dann box ich dich der box und ich box du box ich box ihn und ich box ihn wieder und er trifft mich nicht weil ich ausweiche weil er nichts kann ecker die reite stille nice car in beautiful condition so good work und ich hoffe das werden sie nicht mehr ich hoffe das werden mehr als 10.000 15.000 okay also schon mal etwas und mal wo du aus sein lassen ist das aufländerjagen der eine wohl nicht so sehen wie der eins hat das aufländerjagen hat er keinen bock darauf wenn sie aufs andere reichen schnolzen ja weil ich zu viel geld für ihn habe hey dude dude hallo hey du arschloch bleib doch stehen wie laut bist du hey jetzt mal stehen bleiben hier jetzt mal jetzt mal jetzt bleib doch mal stehen du arsch b**** willst du boxen Komm her, boxen wir uns. Wirklich Schikomenau. Wir werden MPC, dein normaler Spieler. MPC? MPC. Hä? Was willst du? Da ist ein Zeuge. Was? Steht der zu mir? Nein. Putz. Ey. Der hat mir 20 Dollar gegeben. Er ist dafür gut. Lass ihn, lass ihn das. Pass auf, drinnen war ihr Fehler kommen. Bist du weiter dran? Er ist auch gut. Du hast mir kein Geld gegeben. Aber ein Auto. Deswegen, ja. Okay. Woher wissen die das da die Rettungswagen? Ja. Seht ihr mit dir an den? Was los ist, Digga? Arma! Baff! Baff dich! Baff dich, Alter! Baff dich! Baff dich! Genau wie du! Baff dich! 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 Neeein! Baff dich! Du kommst aber schnell raus. Guck mal wie groben du fahren musst. Erstmal die noch. Schön ... ... ... ... ... ... Ich habe ja noch so einen Stern. Zeugenentfernung. Ja, und das ist Zeugenentfernung. Alle, die hier auf Gelände arbeiten, sterben. Also alle. Gott hat es so gewollt. Gott wolle es so. Ich möchte bitte meinen Autor anfordern. Anfordern. Du lässt ihn nicht einfach stehen. Ja, hallo. Ich will ja wohl nicht meinen Autor ankommen. Mario Shader. LOL. Jetzt laufe vor der Desk bist. Ach, so schnell kriegen die mich nicht mehr. Arme Volksmusikantenkarre dahinten. Ich will mal losfahren. Die kriegen mich nun mal. In der Zeit kann ich noch 5 Leute rumbringen. Die Mario Shader mögen dich. Ja, ne? Und, ich bin sie wieder los. Ja. Jetzt kann ich die nächsten rumbringen. Äh, ja. Controller wechseln. Können wir nachher machen. Nee, ich brauche ja jetzt, weil ich wollte Reifen durchdrehen lassen. Musiker ist mit der EU. Ausdruck, ja? Ja. Okay, kurze Spielunterbrechung, ja? Weil, wir wollen jetzt schnell was machen. Ja. Ja. Wir müssen, da müssen wir einen Cut reinsetzen. Dein Name ist ja unten annehmen auf dem Kennzeichen. Ja, das habe ich so gemacht. Cool, oder? Ja, warte mal. Jetzt geht mir bei dir die Zeit. Da hinten. Nee, ist auch ja halt. Mach alles, du meinst mit der Zeit her. Ja, warte. Ja. Die ist hier. Ach nee, sechs Minuten. Nee, zehn Minuten. Ja. Das ist der EU. Du musst bestraft werden. Buff. Kommst du im Schreller über die Psycho, der hat? Nee, nee, das mache ich nicht. Ich werde die EU bloß zum Verschnauzen. Fette Gamepad! Dich, der Bumst, die Gamepad. Das ist alles gelassen. Ja. Der Gamepad ist ein Diktator, Alter. Ja, der Gamepad wird der neue, W-w-w-w-w-w-w-w. Wird der neue Streckensherrscher. Oh ja. Ja, dann wird der da oben bringen. Ja, der wird's dann oben bringen. Ja, jetzt wird der da oben bringen. Ja, jetzt kann ich kurz drücken lassen. Das dicke Fanpad, Gamepad! Jetzt zieht der auf den Meer. Die fette Luisi, Alter! Hallo, Auto! Hallo, 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 hallo! Hallo, 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 hallo! Du hast 64 draußen, bis du weicher wohnen. Ja. Was machst du jetzt? Ich muss deinen Auto klauen. Wofür? Echt? Gib mir dein Auto. Ja, da kann ich wirklich hinterher, oder? Beide rücken ganz um. Nee, ich warte auf ihn. Brauchst du? Bist du die im Frühling, meinst du? Ja. Er ist wirklich auf der Autobahn, ey. Ja? Hä? Hä, er will gar nicht zu dem Auto. Oder wird er sonst sehen. Ich glaube, er sieht wahrscheinlich mit dem Auto. Ja, Leute, weiter so! Entweder so! Ey, es war so hoch! Es war so hoch. Alter's. Wohwho! Gebbdest, Torh. Ja. Schwanz, ne. No, es war so hoch. Das Auto wird verhaftet. Böses Auto. Au, jetzt haut das Auto. Au, das ist ein anderes Auto. Welches? Die alle rumfahren. Unst, Digga. Bum. Hä? Bust es. Komm her. Ich mach deine Tür kaputt. Die interessiert dich. Jetzt kommt jemand. Hä? Digga, aber zu prügel. Du Schlampe hat ja gesagt. Er dreht wieder durch. Er dreht wieder durch. Er dreht wieder durch. Ich fahr an der Seite runter, ne? Unvorstellbar, unvorstellbar. Weißt du, dass ich andere Seite runterfahren? Das ist Robby's. Hi. Ich glaub, die Schranke ist kaputt. Ja, das glaub ich mir auch. Ja, das glaub ich mir auch. Doch. Ich bin arm, ne? Ja, das ist kein Mitleid. Mitleid. Ich bin ein Helikopter. Nein, drinnen war ja, Schäler wollen wir nicht. Wir wollen nur nicht drinnen war, Schäler haben. Wir wollen nur nicht drinnen war, Schäler haben. Genau. Wir wollen normale Schäler haben. Ja, wir wollen normale Schäler haben. Scheiße. Bye-bye, Tür. Bye-bye, bye-bye, meine Schäler-Täppi. Wie war, wie hoch ist Hederkong? Oh, er tickt voll aus. Er kühlt ist alles, was er sieht, ey. Ja, hallo. Irgendwie muss ich auch da. Das ist ein Problem, ich bin mir. Ja. Was willst du jetzt hin? Ähm, ja. Ja, 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 ja. Was sind versteckt? Ja, ich will mein Auto verkaufen. Die kaputte Teile? Ja. Darf ich mir das nicht hier? Komm schon. Bye. Nee, 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 nee. Gehst du? Jetzt kostet es mehr. Jetzt habe ich wieder 3 200 Euro. Ja. Euro. Dollar. Fette Gamepad, fett! Äh! Kannte nicht, wie du den Gott... Ich bin Homo-Sexuellen. Heizhaien. Jo. Ahhhh... Ich bin homosexuell. Ja, bei ca. ju. Verarschen. Bei den Newton-Ca. ju. Verarschen. Meines Autos homosexuelle Die Autos sind homosexuell... Garde, ja rumpackert... Bis jetzt hin? Auf dem Dach. Oh... Ähhhhh... Ich bin auf dem Dach. Ich... Ja, was willst du denn? Kannst du doch verstehen, Alter. Nee. Ein Gewürze, um andere bei sich entbrechen. Nein. Aber du weißt... In GTA ist alles möglich! Genau wie man eigentlich fragt. Springen, du Arschloch! Das ist mein Auto. So. Hast du sie bestellen lassen? Okay. Ich zeig dich Glitch. Ich zeig dir meinen Glitch. Der ist richtig frei. Ich zeig... Komm, wir machen heute mal eine Glitch-Folge. Noch den Rest. Ja. Den hat mir mein Freund gezeigt. Hier, der GTA ist LoL. Den du immer für Gratis hast. LoL hält. Ja. Ja. Jetzt mit denen? Der ist... Hier. Kann ich rein. Und jetzt kann ich... Wenn ich hier drin noch nicht drinnen hätte... Ich hab' den Kopf bekommen. Das hätte mich nicht interessiert. Die hätten mich nicht gesehen. Florian Ausl ist online. Ja. Florian aus L.A. Heizer, glaube ich. Nein. Das ist L.A. Das ist L.A. Das ist L.A. Das schritt da in der Luft. Kann ich mir noch aus Plastik. Und kennst du das? Plastik. Irgendwas aus Plastik? Das wissen wir nicht. Kenn ich nicht. Die Böse meint da, ich kenne wirklich nicht. Mal gucken. Mal gucken. Wo der... Ich glaub da war... Darf das auch nicht. Wenn. Die Böse meint. Zehn Minuten noch ungefähr. Ja. Dann müssen wir es mal auf. Dufn haben mal. Hier war das. Hier. 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 Fällt durch. Guckst du da für der Minecraft nachher? Ja. Ja. Ich würde dann nochmal... Hier GTA spielen. War das Aufnahmemeister. Ja. Und den... Einfach... Ja. Willst du dich prügeln? Ja. Jetzt läuft er einfach weg. Ja. Du weißt. Du hast das eine Auto, aber glaubst du das andere. Nein. Das brauche ich dafür. Ja. Ach so. Ja. Oder außerdem, das kann ich mehr wiederholen. Außer dem. Ja. Warum brauchst du das andere dafür, dass die Kinder erkennt tut? Nein. Das zeige ich dir. Ja. Dafür ich das auch. Sozusagen um an die Location ranzukommen. Ach so. Ich weiß aber es gibt noch einen, der funktioniert bei mir aber irgendwie nicht. Das Auto. Nein. Die Location. Ach so. Wie ist denn mit dem riesigen Windrad damals bei GTA, als der Silvester? Vor meiner Garage, ne? Ja. Ja. Da war ich heute morgen auch drinnen. In der Garage? Nein, in der Welt wieder. Ach so. Ja. 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 Das hat da einer eingefügt. Mit diesem Mod-Menü. Ja. Ach. Und wurde er rausgebracht, nachher rausgeschmissen? Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wer es war. Ach so. Und von irgendwem habe ich 500 Euro bekommen. Äh, Dollar. Na ja. Obwohl du hast ja nicht viel. Ne. Wenn ich mal so überlege. Das kann ich mir von 500 Dollar mal alles so kaufen. Okay. Snacks. Und trinken. Bin ich hier unfuglich richtig? Ja, bin ich. Ich muss da eben. Die Fotze. Ja. Sie steckt sich einfach wieder eine an. Die ist es. Haha. Nein. Sie hat sich wieder verlegt. Die hatten... Die hatten... Die hatten... Tod... 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 Aber wahrscheinlich etwas Großes. Am besten nicht, wenn wir mal die Brücke hochgehen. Am besten nicht, glaube ich dich. Dich. Geh mir dein Auto! Du Kuh! Du blöder Mutuell! Verpiss dich! Shut up, Motherfucker! Motherfucker! Hello, Motherfucker! Oh, du kriegst hier aber nicht richtig? Er macht irgendwelche Sachen, ey. Nein, ohne Scheiße, das funktioniert wirklich. Das habe ich schon. Oh ja, das muss hier sein, oder? Hä? Warum ist das hier nicht? Oh, das muss hier sein, oder? Oh ja, das muss hier sein, oder? Oder bin ich an der falschen Location. Hm, nee. Oh ja, doch. Hä? Jetzt bin ich verunsicher. Hier muss ich hin. Ja. Ja, doch. Hier muss ich hin. Hier aber, ey. Ich weiß, dass das noch funktioniert. Egal, wie viel Zeit haben wir noch? Äh... Fünf Minuten. Könnte ich schaffen. Warte, machst du denn nach der Welt? Genau. Na, dann beendet das. Was machst du denn? Na, warten bis du fertig bist. Mhm. Mhm. Und dann weiter. Also du spielst jetzt nicht offline? Nee. Gut. Dann müssen wir abkühlen lassen nächstes Jahr. Ja. Gut. Wie viele halben Stunden parts haben wir? Den dritten jetzt. Also haben wir anderthalb Stunden. Ja. Wie viele Stunden hast du gesagt? Hast du zwei, sechs? Elf. Jetzt elf. Ach, elf. Mit jetzt mit, jetzt mit, ähm, mit, ähm, mit, ähm, mit der Abzug und dann halt noch. Achso. Ja. Ja, gut. Nur abkühlen lassen. Äh, abkühlen lassen und dann können wir ja weiter. Dauert dann mindestens dreiviertel Stunde, ja. Warte. Wir müssen Akku noch erwenden dabei. Achso. Ja, so ist das Schlimm. Ja. Spielst du so lange bettelt? Wie hieß der Trigger? Tutti oder so? Nein. Ja. Mhm. Warte, ich mach mir's früh. Weil mein Handy doch... Das wär auch ne gute Idee, das wär echt gute Idee. Mein Handy müsste eigentlich voll sein. Ja, das ist ne gute Idee, dachte ich doch. Das wär, die Idee wär gar nicht so dumm. Wir müssen ja noch kurz das außerhalb besprechen, ja. Warte. Ja, mit dem Beschützerin. Achso. Ich sag, liebe Zuschauer, bin ich meine seelische Beschützerin. Keine richtige. Einfach nur seelisch oder nicht. Ja. Luxbringer. Nein, das funktioniert ja nicht. Ich versteh's nicht. Dann muss ich mir leider was runter da packen. Komm nicht mehr heim. Nein, nein. Nee, komm mal langsam zu Ende. Ich würde das noch mal kurz zu machen. Jetzt geht's ja nicht vorher oder? Dann geht's ja nicht vorher, oder? Jetzt geht's ja nicht mehr dann, aber gleich. im ich weiß der würde sehr wenn es funktionieren würde dann wäre ich jetzt also würde ich hier oben ganz bringen kippt das wäre er Er tickt aus! Schurmbäuseaktiv! Wie viele Zeiten noch? Ich wette, ich krieg ihn mit einem Kaninomenhorn. Bitte, dann schaffst du locker noch. Okay. Nein. Geht's, Leid, 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 Leid! Money, 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 money. Atein, money? Ja, das ist ja auch, money. Ah, meine Arme. Okay. Genau. Ich nehme nochmal schnell den Handshut, fast. Fuck! Er hat sich bewegt. Das kann ich nicht deuten. Ich muss ihm verfolgen. Jetzt ist er weg. Nein. Was ist denn schweig? Ich wollte ehrlich gesagt, ich wollte das zweit. Ihr schon wartet das. So was für kleine Kinder, also wirklich. Ey, komm. Ich wette, jeder der dazu guckt, ist Manifest von 22 oder so. Ich wette, jeder der dazu guckt, ist Manifest von 22 oder so. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Stop the fuck. Ab. Okay. Ja. So Leute, dann bis zum nächsten Part.